Nein! Ich habe keinen Bock mehr! Guck mal wie viel der versucht aus siehst! NEIN! Hey Leute! Herzlich willkommen! Wir zeigen heute Super Jump auf Multicube.net mit Angels like Dave Ich warte warte Ja, wir haben die Erste Map haben wir Arena ausgewählt Weil es ziemlich einfach ist Und danach wählen wir Snake aus Er weiß nicht was er vor sich erwartet Ich kenne mich hier schon ein bisschen aus Und ja, es wird spaß Okay, wollen wir anfangen? Ab eine Minute, okay? Ab eine Minute fangen wir dann an Los! Und los! Ah! Oh Mann! Nein! Nein! Wer es zuerst schafft, der hat gewonnen Genau Ja Die Scheiße ist nicht einfach Ohne Witz hier würde jetzt sowas vom Facecam passen ne? Meine Gesichtszüge Meine Gesichtszüge ne? Zucken! Ja! Unnormal! Weißt du wie krass das jetzt abgeht? Boah! Dieser Sprung hier! Wo du gleich bist! Ach du heilige Scheiße! Oh! Hast du es geschafft? Ja! Nein! Leichtigkeitsfehler! Leichtigkeitsfehler! Scheiße! Ja! Ja! Da darf man nicht früh abspringen Darf man auch nicht zu spät abspringen Sonst rutschwann da aus! Das ist so ein Präzisionsfall ne? Das ist unfassbar! Unfassbar! Ach das gibts doch nicht ey! Ausgerutscht! Haha! Ausgerutscht! Ja meine DP Einstellung Maus war auf 500 ey! Ich zocke aber auf 1500 eigentlich nicht! So! Deswegen sind wir auch grad in Minecraft gestorben Und deswegen! Ja! Nein! Komm! Alter! Ach nee! Ich hab's gesehen! Nee du schaust das alter! Nein nicht! Na komm alter! Scheiß Sprung! Siebenmal! Scheiße! Fuck you! Soll ich jetzt warten bis du zweimal aufstehst? Haha! Ja toll! Ach! Noch! Ich hab gedacht ich schaff den Sprung nicht! Ja! Er willst du mich verarschen? Was ist das für ein Scheiß? Was hast du das nicht geschafft? Nee! Na komm! Das war ein Pille! Das war ein Penissprung! Was für ein Penis? Asiaten Penis? Nee! Ich hab' den richtigen Nigger bin! Oder! Schwarzen Penis! Haha! Das Jan Penis ist doch kleiner, ne? Ja! Deshalb ja! War es ein kleiner Sprung oder ein großer Sprung? Ein ganz kleiner Sprung! Oh! Komm das muss doch hin! Komm! Wenn du jetzt vor meinen Augen gewinnst, naja! Letzter Sprung! Nein! Gewonnen! Ja! Wuhuuu! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Ja! Das war schön! Mit Wunsch! Hallo! Scheiße! Wo bist du? Ich bin wieder da! So war ich nicht an der Lobby! Ich bin auch an der Lobby! Bewege dich mal zu Richtung Syndicate Games! Ja! Weil ich seh dich! Bist du? Ja! Von dir! So! So! Nochmal! Jetzt macht er irgendwie voll fun! Super Jam! Okay! Nimm mal an! Mal schauen ob du das hier schaffst! Weil das habe ich bis jetzt einmal in mein Leben geschafft! Und da war ich sowas von stolz! Und dafür habe ich dann schon eine Menge gebraucht! Schon lange gebraucht! Du musst dich jetzt umdrehen! Ja! Und da musst du anfangen! Wo die rote Wolle ist! Ach so! Okay! Okay! Gut! Geht's los oder? Ja! Klar! Hä! Alter! Was gibt's doch so? Ja, ja! Der! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ey! So ein Noob bin ich ne, da würden meine Hater bestimmt so hier auch bestätigen. Wie weit bist du? Ich kann es jetzt gerade nicht beurteilen. Hey! Ich bin von der Funktion. Warte, bist du schon zweimal gestorben? Ja, ich kann den einen Sprung nicht. Was meinst du, da wo es zum Stein geht? Nein. Oder so beim Stein, wo man da dann zum... Nee, siehst du, ich glaub du gehst den falschen Weg. Okay, warum das? Guck mal, du musst im Stein springen und dann vom Stein musst du zur Wolle und da ist so ein alleinstehender Wolle, da musst du dann drauf springen. Ach so, ja, da war ich, ja, hab ich schon. Und dann kommen die Glowstones. Scheiße. Aber ich fäll immer ganz anders, äh, ganz woanders da. Scheiße. Man kann einen nicht sehen, ne? Ähm, doch, wenn man nah beieinander ist. Ach so, werden wir uns dann irgendwie treffen, oder wie? Äh, ab einer bestimmten Distanz werden wir uns sehen. Ich hab mich jetzt einfach so getötet, weil ich langweilig hatte. Oh, jetzt bin ich bei Glowstone. Oh, jetzt bin ich bei Glowstone. Oh, jetzt bin ich bei Glowstone. Ich bin bei Glowstone. Ich bin bei Glowstone. Ach so. Ich bin bei Glowstone. Ich bin bei Glowstone. Und der andere. Hä? Ich bin bei mir. Schön und verkacken. Ja, du bist auch, äh, du hast auch verkackt. Ich bin bei Glowstone. Ich bin schon wieder bei Glowstone. Ne? Jetzt geht's wieder. Boah, wie macht man das mit dem Glas? Jawoll! Nein! Hä? Wirst du, äh, falls du meine Folgen anschaust, wirst du es sehen. Wie macht man das? Ich weiß gar nicht, ob ich es hochlade, ey. Ich hab ein Double Jump gemacht. Guck mal, ich hab diesen scheiß einzelnen Teil da erreicht und dann nochmal Jump nach unten. Hä? Boom. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Äh? Ich hab's geschafft. Also nicht beendet, ne? Ach so. Nein! Ach da, weil dir ist die grüne Rolle oder nicht? Ja, ich bin im grünen, du bist blau. Ich bin im rot. Äh, blau. Ne, Alter, darüber spaß man nicht. Aber da wo die rote Wolle so nach außen ist, das ist eigentlich noch einfach. Da müssen wir uns eigentlich sehen. Das ist eigentlich einfach, aber das ist mit dem Glas. Das ist einfach. 15 schon. Seht ich aber nicht, ne? Also da muss man einen Doppelsprung machen. Wo? Bei dem Glas? Kann sein. Ah. Kann sein. Ich will nicht lügen. Schon lange her, dass ich das gemacht hab. Weil, ähm, ja ich hasse eigentlich die Map hier. Ich hätte jetzt erwartet, dass du's nicht schaffst. Ich hab's auch nicht geschafft. Ich bin noch dabei. Ne, ich... Nicht mal, dass du bis zu Glowstone kommst. Ach so. Ja, das ist einfach. Das ist echt einfach. Nein, ist das nicht. Ach so, bist du noch nicht mal dahin gekommen oder wie? Nein! Ich bin wieder Glowstone. Ich war... Scheiße. Alter. Das gibt es doch nicht. Irgendwieder bei Glowstone. Rufen wir gleich, äh, mit dem Game. Äh, Vincent an. Via Skype. Jawohl. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Glowstone. Ey, nach dem 19. Versuchs hab ich's jetzt endlich geschafft. Ach so, scheiße. Wieso scheiße? Gönnst du mir das nicht? Scheiß Hater. Oh. Hä? Wie schaff ich das mit dem Glas jetzt? Gibt's nen Trick dabei? Das hab ich jetzt geschafft. Wie macht man das? Mit nem Shiften? Äh, Doppelsprung am besten. Aber wie schaff ich das jetzt? Wie Doppelsprung? Hm? Oh. Hab's auch geschafft. Was ist da denn? Nein! Ich war so weit. Ich war noch nie so weit in mein Leben. Ach du scheiße. Ich stell dir mal vor, wir haben wirklich aus Versehen jemand anders als Vincent hier reingeholt. Ja, das wird schon ein bisschen kacke. Du bist glaub ich voll am konzentrieren hier. Ein bisschen ja. Wann ist man eigentlich oben? Bist du jetzt grad voll konzentriert? Ähm, ich bin gleich am Berg oben. Berg oben schon? Ja. Da wo die Wolle jetzt wieder anfängt oder was? Ja. Wenn das labert, das ist Wasser. Wasser. Da ist Wasser? Ja. Nein! Da haben wir überhaupt mehr. Haha, der. Du scheiße. Guck mal, wie sieht der Versuch aus? Ja. Nein! Ich war... Weißt du wie weit ich war? Ich war... Nee, das... Das Level... Nee. Nee. Raus. Das ist... Ach du heilige Scheiße. Ach du scheiße. Hast du ihn gekillt? In der Aufnahme bist du zu sehen wie weit ich war. Ich war... Wahnsinn du. Ich hab das Ende gesehen. Scheiße. Echt. Alter. Und das hast du schon mal einmal geschafft? Ja. Nur einmal. Mein ganzes Leben so. Nur einmal. Haha. Ja ich war fast am Ende. Ich war schon einmal beim Bergraum. Da bei einem Pfeiler wo es in die kleine Höhle reingeht. Da mit dem Wasser. Ja und da bin ich dann raus. Und dann alte Scheiße man. Hier habe ich noch nie gezuckt. Scheiße. Und hier sehen wir uns auch. Glaube ich gegenseitig nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gut dann. Okay, tot. Hä? Soll man das nicht schaffen? Double Jump, ne? Nee. Nicht unbedingt. Doch. Double Jump. Also ich habe es ohne geschafft. Also das erste Sprung und danach der Sprung oder was? Ja. Ohne Double Jump. Ja. Scheiße. Du hast ihn ohne Double Jump geschafft. Fuck alter ist nicht einfach. So. Oh fuck. Das ist mega schwer. So. So. Aber cool gemacht. Meinst du? Oh. Jetzt habe ich es geschafft. Ich bin einfach gerannt. Nein. Ich bin rückwärts in die Lava gefallen. Das ist. Hä? Scheiße. Yo. Alter ist es scheiße. Das ist schwer. Nein. Da stirbst du auch sofort, ne? Ja. Nicht wie Snake. Nein. Oh fuck. Oh. Penis. Alter. Nein. No. Alter. Voll so OP alter. Hast du es geschafft? Also ich war da, da wo es angefangen hat Höhe also Höhe zu gehen. Da war ich jetzt auch. Oh man. Alter ich flieg immer voll weiter. Weißt du was du machen musst? Hä? Einfach rennen und ganz mal Ende. Dafür musst du so ein Gefühl haben. Einfach jumpen dann. Achso. Ja. Das mach ich auch grad. Das klappt auch wunderbar alter. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Scheiße. Lecken. Oh fuck. Okay. Ich hab jetzt aufgeklopft. Nein. Daneben gesprungen. Scheiße. Nein. Ich war wieder da oben. Den Schiss. Überall nur den Schiss. Den Schiss. Den Schiss. Den Schiss. Nochmal. Nein. Das gibt's doch nicht. Das sind... Ah fuck. Ah. Ah. Wie ich die scheiße liebe ey. Den Schiss forever. Das sag ich nur. Scheiße. Ich schaff's jetzt scheiß nicht. Und der Witz ich bin sehr unfähig. Ich auch. Ich glaub ich werd das nicht als LP nehmen alter. So schlecht ist das. Du kannst das nicht. Das ist kein Problem. Hast du es geschafft? Ja weiter. Ich bin... Oh. Ja. Oh. Den Schiss. Den Schiss geil. Nein. Was für ein scheiß verfickter Leck war denn das bitte? Benutzt du Scheder? Ja. Ja. Aber ich hab 40 FPS grad. Also das ist grad nicht irgendwas. Ne ne. Wie sieht das aus mit dem Vulkan und so. Alter. Ich weiß wie geil das ausschaut. Ich spritz fast ab. Okay. Hör mal. Wir haben äh. Kleine äh. Zuschauer die erst grad 12 sind. Und äh. Wollen dass wir sympathisch werden. Also ich mein natürlich äh. Ich mein natürlich Blumengießen. Melken. Ja. So musst du sein. Hammer Dave. Eine von der Palme wedeln. Nein. Die Fleischpeite quetschen. Auch nicht. Äh. Dave hör mal. Wir haben noch Kinder. Die zuschauen. Die wollen dass wir bitte sagen. Und Danke sagen. Hör mal. Da kannst du doch nicht sagen. Eine oder eine Palme wehlen. Hör mal. Hör mal. Das funktioniert bei uns nicht. Bei unseren Zuschauern. Ja. Ich weiß nicht. Wer steht da vorne. Machen das. Ey. Ohne Witz. Ich wette mit dir. Das sind selber so welche. Äh. Die gar nicht mal so Danke. Oder so sagen. Der andere. Lol. Ich hab gebra... Ach komm Alter. Wie viel. Hahahaha. Du hast 55. Äh ne. Hahahaha. Fuck you. Alter ich war. Ich war einmal. Zweimal. Höher wie du. Und du bist bei 80. Wie gesagt. Ich rushe hier ganze Zeit. Ich eigentlich auch. Boah. Aber ich. Ohne Witz. Ohne Witz. Soll ich mal die Map so machen. Bei Project XYZ. Dass wenn man. Ganz jetzt am Anfang spawnt. Dass man. Äh. Da ganz am Anfang spawnt. Dann muss man erstmal so ein. Äh. Super Jump machen. Äh. Teil zu wem. Ach so. Alter. Soll ich mal machen. Was denn? Mach mal. Ich hab so. Unmöglichen Super Jump. Äh. Für Projekt XYZ. Was. 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 Damit man. Äh. Falls man teilnehmen. Äh. Muss man das erstmal schaffen. Ach so. Voll troll. Hahaha. Jaja genau. Und die müssen das aufnehmen. Hahaha. Ja. Wie die ausrasten. Aber ich hab keine Lust mehr. Ja. Slash. Warte. 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 Ich will erstmal die 100 voll haben. Wuh. 100. Sehr schön. Ich hab. Du hast auch ne perfekte Zahl. 90. Ohr. Alter. Warte mal. Mal ganz gut. Hier hab ich auch noch nie gezockt. Sieht aber schön und leicht aus. Ja dann probier ma's mal. Mal gucken. Red. Äh wo sta... Oha. verloren älter, ist das dir in Ernst? Alter, wie komme ich da jetzt? Hä? Scheiße Du musst erst mal auf dem Grasblock landen Grasblock? Ja Wie, hast du es schon bis zu Ende geschafft oder was? Nein Und woher weißt du das? Nein, wo bist denn du gescheitert? Ich bin bis jetzt nicht gescheitert, schau doch Ach so heilige Scheiße Nein 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 Das wirklich kurz vorm Ende Äh, ach so Scheiße Glaub ich mal Ja, sah so aus Also ich hab das zumindest mit dem Leitern und so Bla 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 geschafft Oh, das ist nicht leicht, das ist echt nicht leicht Weißt du was cool wäre, auf Projekt Y, Y und Z solche Welten zu machen? Ja Ja Also so schwebende Welten Oh Scheiße Das wird auch nur bei Dings funktionieren Bei Hexit Hexit ist auch geil Scheiße Bei Hexit gibt's ja dieses, ähm, fliegen Ja Ja Deshalb wird mit den, äh, Skywelten klappen Ach so Ja, die Tauberstäbe, ne? Ja, ja Machen Wie willst du sonst, äh, fliegen? Vom Welt zu, äh, von Superman Oh, fuck, von Skyblock zu Skyblock Okay, ich bin wieder gestorben, Mann Mh So, bin ich bei den Leitern Hä, lol Du, äh, du kannst auch so abspringen Oh, ähm, mit dem Grasblock da Ja, hab ich doch gesagt Lord, ich war so Ich bin ganze Zeit mit dem Dings da Abgespringen Echt? Ja Deshalb hab ich mich ja auch gewundert So klappt's sogar noch leichter Oh, Mann 15, scheiße Aber ich bin nicht Ah Ich vereine mich auch so Ah Boah, geschafft einmal Alter, das ist ja voll krass Training und so, ne? Oh, ja, aber das ist sowas von schwer Ja Ich zerwanzen Ich zerwanzen Mh Mh Bitter, Mann Nein Die Leitern nicht getroffen Boah, scheiße Boah, ich hab mir jetzt World-Downloader gestartet Okay Ich glaub, ich zieh mir jetzt die Map hier runter Loll Ja Oh, fuck Oh, fuck Nimmst du auch auf, oder? Hä? Nimmst du auch auf, oder? Ja, ja Einmal während der Aufnahme kurz die Weltklau Ach, scheiße Muss man da einen Doppelsprung machen bei dem 1-Sound-Dingens? Stimmt, ne? Wo denn? Nachdem Da am Anfang? Ja Nein, brauchst du nicht Ah Scheiße Ging immer so spät ab Ist der Wahnsinn Ist der Scheiß Wahnsinn Nein 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 Ja So 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 Sehr schön Hast du jemals noch was mit Dings gemacht? Facecam? Ähm Ja Ich überlege noch, ob ich das machen soll Alter nicht Wegen den Hate Weil wegen Wegen Dings da We should check point one Ist das dein scheiß fucking ernst? Ist das gut? Check point one Wenn du stehst, fängst du jetzt dort an Ach so Sehr nice Äh Für mich nicht dabei Warte Und du warst fast am Ende, hast du gesagt? Ach so Das ist da wo das Grasblock da ist Ist das dein Dings? Check point 1 Ja Ah Wie kommt man da eigentlich da hoch? Ach so Beim Kürbis Ach so Lol Alter Ich schaff das jetzt Ich schaff das jetzt Ich schaff das jetzt Und ich schaff das Ich schaff das Oh lol Nur fest an Selbst an dich glauben NEIN So DPI Zahl runter stellen Fall off rot Boah Ist voll langsam ey Was machst du? DPI Zahl Runter stellen Von der Maus Ach so Boah scheiße Ist das schwer So Ich verarschen alter Willst du mich verarschen Willst du mich verarschen Halt Stop Jetzt rede Alter Lol Okay Jetzt hab ich geschafft Nein Wieso hier Bei euren Aufnahmen Ist doch immer dieses eine Mädchen da ne Ah Bei Poké Immer Ja Alter Die kann nicht zocken Sag ihr das mal Das ist meine Freundin Echt? Ja Die kann nicht zocken bruder Sag ihr das Hahahaha Ok Ich werd die ausrichten Ne Spaß Hahahaha Ich hab 80 FPS Ach du heilige Scheiße Wie? 80 Konstante 80 FPS Ja gerade mit aufnehmen und Shader Dungell Oh mein Gott Auf 78 War das gerade Scheiße Ich muss Let's playen aufhören Was geht denn bei deinem Bei deiner Grafikkarte denn ab ey Ich weiß nicht Ich hab sie ein Ach warum bleibst du stehen Das ist nicht so Wieso let's playt sie nicht eigentlich Ha? Wieso let's playt sie nicht Sie let's playt ja Hat sie einen eigenen Kanal? Mhm Kennst du sie? Kennst du? Ja Hat sie einen eigenen Kanal? Ja Ja Weißt du was das für ein großer Vorteil ist Wenn man äh Eine Frau ist und let's playt Ja Tittenbonus Immer Ohne Witz Ich hab letztens noch einer gesehen ey Einfach 5000 Abos Durch Nichts Durch Nichts alter Schau wie wir Weil die Facecam und so weiter machen Achso Ohne Witz ich glaub ich kauf mir ne Perücke Hahahaha LOL Hallo ich bin ne neue Let's Playerin Ne es gibt auch diese äh Morphvox und so Ernstlich Mh mh So ähm Programme Mit dem du deine Stimme verstellen kannst Hallo ich bin ne neue LPerin Hahahaha Heute zocken wir Minecraft auf meinem neuen Server Tittenbonus.de Tittenbonus Kommen alle drauf Er will Titten Griefen Sofort griefen Der erste der wo nen Kommentar macht Kannst du mal Cam machen Hahahaha Jaja Hahahaha Hahahaha Oh man Hahahaha 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 Ich bin immer noch anderen Hahahaha Kannst du mal das Stable Cam machen Hahahaha 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 Kannst du mal Quadescam mit Wenn's hässlich ist Hahahaha De Abo De Abo Du bist hässlich macht Quadescam weg Oh fuck Neeeeeein Wisss was das Wo warst du? Wo warst du? Ähh Kurz vorm Grasblock Wass du? Ich bin noch vorher am Umfang ey Ich will weinen Dann will ich nicht weinen Manchmal will ich weinen Manchmal aber auch nicht Weiß ich was ich tue Ich weiß wie bin denn ich jetzt gelandet Ach ne wie soll ich denn das machen Alter seid Ey willst du mich verarschen Das geht Geht einfach nicht Ich versteh ich nicht Ist wann das ging? 160 FPS auf Alter Warte mal Ich hab's geschafft Lol Alter Neeeeine Kennst du das während der Aufnahme Musst du etwas für deine Eltern tun Hahahaha Hahahaha Ich muss was kopieren Also muss ich zweiten Monitor Echt der Garot sehen Also seh ich nichts Hahahaha Geil Hahahaha Eher Fager Alter Hahahaha Hahahaha Ich verwende das nicht Alter Ich brech die Aufnahme Fuck you NEIN Ach scheiße Leck mein Pippin Hahahaha Oh Mann ey Nicht das was deine Freundin jetzt hört Welche Frau meinst du? Nö Spaß Ja hier ähm Nein Schatz ich hab nichts gemeint ähm Lol Ich hab F-F-F-Gedrückt Lol Oh Vollbildschirm Nein Schatz ich hab den Block gemeint Hahahaha Was? Was für ein Block? Alter Voll einfach sich die auf einen Block Jaja Hahahaha Wer ist dieser Block? Hahahaha Erkennst du nicht so einen Holzblock? Ach so Trotzdem Hahahaha Schaut die besser aus wie ich? Hört sie deine Videos? Ähm ja Hahahaha Wie heißt Mrs. Strawberry LP? Strawberry? Mhm Richtige Erdbeeren Alter Wieso nennen sich alle Frauen Erdbeeren? Hahahaha Emily Erdbeeren Entweder Sherry oder Erdbeeren Scheiße Oder Scheiße Hahahaha Herr Scheiße Du brauchst Mrs. Scheiße LP Hahahaha Wollt hab ich mal einen Freund beleidigt Ach Schatz ich lieb dich Hahahaha Ne Schatz nicht de-abonnieren Bitte nicht Hahahaha Hahahaha Oh das gibt es doch nicht ähm Scheiße Drucker Hahahaha 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 Ich glaub ich schaff das Hahahaha Welt wird zusammenbrechen Hahahaha 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 Scheiße Okay Kein bock mehr alter Ja Ich schaff das nicht Kein bock auf Super Jump Lass mal verlassen ey Ich schaff das nicht